Der vielleicht größte Denkentscheidung und damit Handlungsfehler beinahe aller Menschen. Seit über 23 Jahren arbeite ich mit Menschen Tag für Tag, von Angesicht zu Angesicht. Ganz ursprünglich als Selbstbewusstseins-Trainer, doch das hat sich im Laufe der Jahre gewandelt. Darum soll es hier aber im Kern nicht gehen. Ich möchte erstmal mit einem banal wirkenden Beispiel anfangen, dass das, worauf ich hier differenzierter einzugehen gedenke, in einem gewissen Sinne sehr plastisch auf den Punkt bringt. Nehmen wir mal 10 Menschen, die nach genau demselben Business-Konzept eine Firma gründen. Ich denke, hier ist vollkommen klar, 10 Menschen auf Basis derselben Geschäftsstrategie werden dennoch 10 unterschiedliche Resultate erzielen. Die Statistik weiß, 1, 2 von diesen 10, die werden erfolgreich, 3, 4, 5 von diesen 10, die werden pleite gehen. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist eine Glückssache und der eine, der hat vielleicht ein Geschäft in der besseren Lage erwischt und so weiter und so fort. Jetzt wissen wir aber, es gibt Menschen, was immer die versuchen, es geht irgendwie schief und es gibt Menschen, was immer die irgendwie versuchen, ja, es wird vergoldet, es wächst, es gedeiht. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, ist es Glück, ist es Schicksal, ist es Fatalismus? Als Selbstbewusstseinstrainer war es mein Ziel, ist es mein Ziel, Menschen dazu zu verhelfen, Selbstbewusster zu werden. Ja, liegt auf der Hand. Und von Anfang an habe ich festgestellt, das, was in einigen Büchern stand, von dem ich davon überzeugt war, dass es wirken müsste, hat bei mir nicht gewirkt, dafür aber vielleicht bei dem einen oder anderen Teilnehmer. Dinge, die bei mir gewirkt haben, Techniken, Einsichten und so weiter, haben vielleicht bei dem einen Teilnehmer gewirkt, bei dem anderen aber nicht. Und das, was heute nicht gewirkt hat, wirkt möglicherweise morgen, eventuell aber nicht mehr übermorgen. Und das wirft die Frage auf, ist das alles irgendwie Zufall? Und diese Fragestellungen, die stelle ich mir letzten Endes, seit ich 15 Jahre alt bin. Denn mit 15, da habe ich unter meiner Unsicherheit bereits so gelitten, dass ich beschlossen habe, ich werde alles, alles, alles dafür tun, um Selbstbewusster zu werden. Das, worum es hier geht, ist sehr viel umfassender. Hier geht es im Grunde genommen, im Kern um die Frage, kann man ein erfülltes Leben nach den eigenen Kriterien zuverlässig anstreben? Oder platter formuliert, gibt es so etwas wie ein System zum eigenen, zum persönlichen Erfolg? Und meine Kurzantwort an dieser Stelle, die du erstmal als Behauptung bitte auf die Seite widerschiebst, lautet, Ja, das gibt es, und, oder, aber. Nach meinen mehrere Jahrzehnte langen Erfahrungen mit tausenden von Menschen, kann dieses Konzept, muss dieses Konzept flexibel sein. Es muss individuell sein, es muss individualisierbar sein. Sonst funktioniert es nicht. Die allermeisten Konzepte, nach dem Motto, die besten Tipps, wie du dir deine Millionenziele setzt, oder die universelle Motivationsstrategie, oder, so wirst du garantiert selbstbewusst, oder, so findest du den Partner deiner Träume, und, 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 und. Und, nach meinen langjährigen Erfahrungen funktionieren diese Konzepte nicht, Klammer auf, außer in einem kleinen Teil der Fälle, die dann jeweils herhalten müssen als Referenz, Klammer zu. So, was bedeutet das? Wenn du dir jetzt ein Buch kaufst, um in einem, eines dieser Beispiele herauszupicken, wie finde ich meinen Traumpartner, wie finde ich meine Traumpartnerin, und da sind meinetwegen Rezessionen drin im Buch, oder über dieses Buch wurden Rezensionen geschrieben, dann sind das eben im Regelfall Menschen, die mit diesem Buch, mit dieser Strategie, mit dieser Technik erfolgreich waren. Und so Daumenwert würde ich sagen, das sind vielleicht 3%, 5%, 10%, vielleicht 20%. Und ich behaupte, ein Großteil wird mit diesem Buch, mit dieser Technik, mit dieser Strategie, mit dieser Vorgehensweise, mit diesem Glaubenssatz keinen Erfolg haben. Aber nicht notwendigerweise dadurch, weil es nicht wirkt, weil es nicht gut wäre, sondern, weil es entweder zu diesem Zeitpunkt nicht passt, oder weil es grundlegendere Dinge gibt, die dem dann noch irgendwie im Weg stehen. Und gerade mit diesen grundlegenderen Dingen, ja, da habe ich mich viele, viele Jahre lang befasst. Und ich glaube, in diesem Bereich konnte ich Erkenntnisse gewinnen, konnte ich Techniken entwickeln, konnte ich Vorgehensweisen entwickeln, weiterentwickeln, die in ihrer Art, in ihrer Wirkung, ja, auf dein Leben ziemlich einzigartig sein dürften. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Mir ist es wichtig, dass ich das nicht skripte oder so, sondern dass ich meiner Intuition folge. Weil meine Erfahrung meine Beobachtung ist, also einerseits, nur so kann es natürlich authentisch sein, ja. Ja, meine Erfahrung ist ja doch vor allem, dass wenn ich in diesem Sinn offen bleibe, ja, weil ungeskriptet, ich oft, während ich über etwas rede oder während ich über etwas nachdenke oder zum ersten Mal drüber nachdenke, zum ersten Mal drüber spreche, ja, plötzlich eine Art von Erkenntniszugewinn habe, als würden sich irgendwelche Pforten, als würden sich irgendwelche Tore öffnen. Manche Menschen sprechen von angebunden sein, von nach oben hin angebunden sein, oder anderer benutzen den Begriff des Channelings. Ich würde das eher bezeichnen als sich dem Unbewussten, sich dem Unterbewusstsein öffnen und dem Unterbewusstsein, dem wahren Riesen in einem selbst die Möglichkeit bieten, diese Riesenkräfte, diese Bärenintuition nutzen zu dürfen, anzapfen zu können. Und ich komme gerade immer noch nicht weiter. Und natürlich kannst du jetzt an dieser Stelle abschalten, du kannst aber auch gespannt sein. So wie ich gespannt bin, gleichzeitig in einem gewissen Sinne frei von einer Erwartungshaltung, weil das wiederum unter Druck setzt und weil das dann diese inneren Pfaden eher schließt. Deshalb rekapituliere ich nochmal. Also ich habe begonnen damit, und dass ich jetzt die Augen schließe, dient mir, dass ich besser nach innen gehen kann, zu sagen, dass meines Erachtens die allermeisten Menschen einen der vielleicht größten Denk-, Entscheidungs- und Handlungsfehler begehen. Genau. Ja, und die allermeisten Konzepte, die es gibt, behaupten, ja, diese Schablone ist die beste oder die einzige oder die erfolgreichste. Und du, du musst dich in diese Schablone einfinden, du musst dich passgenau in diese Schablone hineinquetschen und musst genau Schritt 1, 2, 3, 4, 5 tun, damit du deinen Traumberuf findest, damit du Traumpartner, Traumpartnerin findest, damit du in sieben Jahren zum Millionär wirst, damit du in fünf Wochen schuldenfrei bist, damit du ein strahlendes Lächeln hast und, 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 und. Jetzt hatte ich das Glück, beziehungsweise, weil ich im Verlauf der vielen, vielen Jahre, in denen ich mit Menschen arbeite, entsprechende Konzepte entwickelt habe, dass ich mit Hunderten von Menschen jahrelang arbeiten durfte, sodass ich eben auf dieser einzigartigen Basis des Teilhabenkönnens im Labor des Lebens herausfinden, herausfiltern konnte, welche Vorgehensweisen, welche Techniken, welche Glaubenssätze und so weiter und so fort, bei welchen Menschen unter welchen Vorbedingungen welche Veränderungswirkungen erzielt hatten oder eben nicht und zu einem späteren Zeitpunkt dann vielleicht doch, obwohl dasselbe eine Weile davor eben nicht funktioniert hat und obwohl dasselbe möglicherweise auch in den versuchten mehreren Anläufen zuvor, die vielleicht professionell waren, die vielleicht hartnäckig waren, ja, in Anführungszeichen versagt hatten. Ich bin zu folgender Überzeugung, ich bin zu folgender Erkenntnis gelangt. Im Kern, das ist jetzt die starke Vereinfachung. Erstens, alle gängigen Techniken, die man irgendwie darstellen kann, dann Schritt 1, 2, 3, 5, 7, wenden sich primär an unser logisch-rationales Wachbewusstsein, werden in unserem sogenannten Neokortex abgearbeitet. Ja, das ist das entwicklungsgeschichtlich neueste Gehirn, das eben stark vereinfacht gesagt für kalte Theorie zuständig ist. Und wir lesen dann Schritt 1 zu dieses und denken, ja, macht Sinn, wir lesen Schritt 2, mach jenes, ja, macht Sinn, wir lesen Schritt 3, tu das noch, okay, macht Sinn, wir arbeiten es ab. Und dann behaupte ich, ja, als Daumenwert, 3% dieser Menschen erreichen diese Ziele. So, eine Vorannahme, die an dieser Stelle, eine unbewusste, eine implizite Vorannahme, die an dieser Stelle überhaupt gar nicht ins Bewusstsein geholt, geschweige denn hinterfragt wurde, lautet, weil du diese Ziele erreichst, ist es gut. Gut, und das gilt es aber zu erfragen, ja, als Beispiel, ist es gut, dass jemand, um ein plattes Beispiel zu wählen, in sieben Jahren, nach sieben Jahren Millionär geworden ist, ist es gut? Er ist erfolgreich im Sinne von Zielerreichung, ja. Und weil dieses Beispiel irgendwie mir ziemlich griffig erscheint, ja, könnte man sagen, dieses Ziel, eine Million nach sieben Jahren zu erreichen, könnte man runterbrechen, ich fantasiere jetzt irgendwas, ja, das ist keine reale Strategie. Sorge dafür, dass du im ersten Jahr 50.000 Euro im Jahr verdienst. Sorge im zweiten Jahr dafür, dass du all deine Schulden tilgst und so weiter. So könnte man das irgendwie aufbröseln und der Kopf würde sagen, ja, das ist eine Strategie, der erscheint mir sinnvoll. So, jetzt gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. A, derjenige hat nach sieben Jahren die Million nicht. Okay, Technik versagt oder was auch immer. Oder B, er hat nach sieben Jahren die Million. Ist er jetzt besser dran als zuvor? Ist er jetzt glücklicher? Im Wesentlichen gibt es auch da zwei Möglichkeiten. Zum einen ist es wirklich seins. Und da würde ich sagen, da gehört er wahrscheinlich dann eher zu den 0,x Prozent der Menschen, die dann dadurch glücklicher werden, dass sie, weil sie einen Plan abgearbeitet haben, einen kopfmäßigen Plan, den sie dann auch noch erreicht haben, weil er da jetzt angekommen ist. Und bei vielen anderen Menschen, so meine Überzeugung, basierend auf Langzeitbeobachtungen, die haben dann zwar das Geld und machen ein Häkchen dran im Sinne von Ziel erreicht, aber viele sind dadurch nicht nur nicht glücklicher, sondern sie spüren als Beispiel die innere Leere eher noch mehr oder den inneren Frust oder eine gewisse Traurigkeit oder eine gewisse Lethargie oder, oder, oder. Und jetzt kommt ein weiterer Denkfehler. Ja, weil, ja, in Anführungszeichen, weil diese Strategie geklappt hat und weil, ja, einem suggeriert wird, zwei Millionen sind besser als eine, als Beispiel und du kannst es auf alle Lebensbereiche ummünzen vom Prinzip her. Und, ja, geht man jetzt die zweite, die fünfte, die zehnte Million an, als Beispiel. Und im Regelfall, und das ist eben meine Beobachtung, wo ich Menschen beobachten konnte, die auf ihre Weise die Karriere leider nach oben gerast sind, ist es dann oft so, das nächste Ziel ist erreicht und derjenige fühlt sich aber noch mehr aus seinem Leben getränkt irgendwie. Er ist im Funktionsmodus, ja, und getrennt von sich und seinem Leben. So, man könnte sagen, das ist jetzt eine der möglichen negativsten Entwicklungsschritte auf der Basis der erfolgreichen Erreichung selbst gesetzter Ziele. Und dafür möchte ich keine Werbung machen. Klar. Als ich als 15-Jähriger damals begonnen hatte, was für mein Selbstbewusstsein zu tun, da war mir nicht klar, dass mir dieses Vorhaben irgendwann Ideen liefern wird für meine Lebensvision, geschweige denn, dass mir daraus meine Lebensmission erwachsen könnte. Ich muss mich wieder kurz sammeln. Ja, Menschen, die mich näher kennen oder die mich näher kannten, die hatten oft die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wenn ich zum Beispiel, wie zum Beispiel in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit, innerhalb von Selbstständigkeiten, ungefähr im Halbjahrestakt wechselte. Ja, ich hatte mit X angefangen als Selbstständiger, die Inhalte spielen jetzt hier keine Rolle, nach einem halben Jahr war das durch. Ich habe mit Y weitergemacht, weil das schien mir der logische nächste Schritt zu sein. Dann habe ich zu Z gewechselt, habe aber X vielleicht noch ein bisschen beibehalten, habe gemerkt, naja, auch das ist es nicht. Habe dann weitergemacht mit A, ja, mit B im Halbjahrestakt. Ich habe im Halbjahrestakt so in etwa jeweils neues Business aufgebaut. Ich habe eine neue Selbstständigkeit ausprobiert. Und was ich aber nicht verstanden habe, was ich viele Jahre lang nicht verstanden habe, ob jetzt das Business X oder D meinetwegen Geld abgeworfen hat oder nicht, das hat für mich im Wesentlichen keine Rolle gespielt, denn ich habe beobachtet, ob es viel Geld abgeworfen hat oder ob es mir Miese beschert hat. Ich bin sozusagen weitergezogen, habe die nächste Selbstständigkeit ausgetestet. Bis ich dann sechs Jahre lang selbstständig war, immer in der Überzeugung, ich weiß ganz genau, was ich will. Und wenn ein Mensch auf dieser Welt ganz genau weiß, was er will, ja, dann stehe ich da an vorderster Front mit dabei. Ich hatte von, ja, klein auf wollte ich gerade sagen, ab dem Alter von 15, 16 Jahren habe ich Bücher gelesen über das Thema Zielsetzung. Und zwar nicht nur eins. Ich habe Bücher gelesen zum Thema Motivation. Ich habe Bücher gelesen über Managementstrategien, über Erfolg, ja, schon als 15, als 16-Jähriger, weil diese Themen mich total begeistert hatten. Und ich habe die Techniken angewandt. Und zwar nicht einfach so. Ich habe manche Techniken auswendig gelernt. Ich habe Passagen aus Büchern zum Teil auswendig gelernt. Habe mir wesentliche Dinge aufgeschrieben. Habe mir wesentliche Dinge an die Wand gepinnt. Das hing teilweise jahrelang da. Ich habe mir manche Audios weit über 100 Mal angehört. Ich konnte ganze Passagen rezitieren. Also ich habe es mir nicht leicht gemacht, ja, mit Erfolg. Und in Bezug auf Selbstbewusstsein, in Bezug auf Selbstbewusstsein stärken, ich habe nichts ausgelassen, was mir erfolgversprechend erschien. Und ja, ich wurde selbstbewusst da. Aber im Regelfall nicht, weil ich jetzt gerade die Technik X oder die Vorgehensweise Y umgesetzt habe. Das hat mir schon ein bisschen gedient. Aber im Wesentlichen, um weiterzusuchen. Ja, Technik A war es nicht. Deshalb habe ich B probiert. Das hat vielleicht ein bisschen was gemacht. Dann bin ich zu C übergegangen und ein bisschen D und so weiter und so fort. Und für mich war dann nach sechs Jahren Selbstständigkeit Zeit, Bilanz zu ziehen. Ich habe irgendwie gemerkt, ich muss jetzt unbedingt Bilanz ziehen. Ich hatte mein eigenes Büro damals. Ein recht großes Büro, eigentlich ein viel zu großes Büro, was mich viel zu viel Geld gekostet hat. Ich hatte eine Sekretärin, zwar nur halbtags. Aber im Kern hatte die eigentlich nur eine halbe Stunde Arbeit pro Tag. Ja, weil ich ihr nur eine halbe Stunde Arbeit pro Tag praktisch auf den Tisch gelegt habe. Alles andere habe ich selbst abgearbeitet. Natürlich habe ich sie bezahlt. Sie hat Däumchen gedreht. Sie hat ein schlechtes Gewissen. Ich habe wahrgenommen, dass sie ein schlechtes Gewissen hatte. Hab versucht, mich dafür zu rechtfertigen, dass ich ihr so wenig Arbeit auf den Tisch lege und so weiter. Ja, und du hast so in etwa eine Idee von einem kleinen Teilbereich dessen, was ich in meiner Selbstständigkeit teilweise getan habe. Gut, ich hätte ihr und das Geld nicht zahlen können und das Büro nicht zahlen können, hätte ich nicht in anderen Bereichen mehr Geld verdient. Aber es geht nicht um Geld. Für mich geht es hier in keinster Weise um Geld. Geld ist für mich ein Symptom. Wenn alle möglichen inneren Faktoren stimmen, dann stimmt auch das Geld. Wobei mit Stimmen, Geldstimmen will ich nicht andeuten, dass mehr Geld besser stimmt als weniger Geld. Ja, mit Stimmen meine ich im Wesentlichen stimmig. Es passt ja zur eigenen Person. So, und ja, nur Robinson Crusoe braucht kein Geld. Und alle anderen Menschen, die irgendwie an unsere normalen Waren-Wirtschafts-Dienstleistungssysteme angeschlossen sind, ja, die brauchen Geld. Sei es für sowas Banales wie eine Briefmarke oder für Benzin im Tank oder, oder, oder. So, ähm, dass Motivation mit Selbstbewusstsein ganz immens zusammenhängt, war mir am Anfang nicht bewusst. Selbstbewusstsein war nach meinem Verständnis am Anfang eher sowas wie die Abwesenheit von Angst, die Fähigkeit, die Bereitschaft, mich zum Beispiel spontan vor eine Gruppe von Menschen stellen zu können und denen irgendwas erzählen zu können. Das war für mich so eine mögliche Verkörperung von Selbstbewusstsein. Was ich glaubte und was die allermeisten Menschen heute noch glauben und was von vielen Psychotherapeuten und Co. meiner Überzeugung nach immer noch vollkommen fatalerweise falsch in die Welt hinein posaunt wird, das ist, damit man seine Ängste loswerden könne, müsse man sich seinen Ängsten stellen und das ist nach meiner langjährigen Erfahrung Bullshit. Ja, das ist Bullshit. Das funktioniert so nämlich nicht. Wenn es, wenn daran etwas funktioniert, dann im Regelfall eher, dass man damit die Ängste noch bewusster auf der eigenen Festplatte hat und oder, dass diese Ängste dadurch sogar noch weiter wachsen. Aber darauf möchte ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Ich möchte aber diese Kernaussage noch mal kurz wiederholen als Behauptung. Ängste gehen nicht, indem man sich seinen Ängsten stellt. Punkt. Es gibt aber hochwirksame Vorgehensweisen, wie man diese Ängste auflösen kann. Das kann ich dir aber im Rahmen von diesem Video hier nicht in Kürze rüberreichen. Aber es geht und ich kann es und ich kann es für dich leisten, wenn du das wirklich möchtest. Und dieses Wenn, ja, das ist sehr, sehr groß geschrieben, denn das ist die absolute Vorbedingung. Viele Menschen wünschen sich, dass ihre Ängste gehen und das reicht aber nicht. Man, du musst gegebenenfalls die Entscheidung treffen. Und zwar ideellerweise nicht nur die Entscheidung, dass du dich von irgendwelchen Ängsten trennen willst, sondern letzten Endes die Entscheidung, dass du dein Leben leben willst. Und das hört sich erstmal sehr banal an. Und an dieser Stelle wirst du wahrscheinlich sagen, ja klar, natürlich will ich mein Leben leben. Ja, als Lippenbekenntnis sagen das die allermeisten. Und aus der Erfahrung heraus weiß ich nur, die aller, allerwenigsten Menschen sind wirklich bereit dazu. In dem Maß, wie ein Mensch spürt, ja, er oder sie möchte sein oder ihr Leben leben. Und damit ich das ein bisschen kompakt halten kann, bleibe ich bei der männlichen Form und meine aber immer alle Versionen von Mann und Frau und Zwischendingen und links davon und rechts davon und was auch immer gegebenenfalls da noch an Unterscheidungen getroffen werden mag in der Zukunft. Ich hätte den Satz einfacher bauen sollen. Gut. Ähm. Entscheidung. Ja, genau. Genau. In dem Maß, wie man merkt, wie man spürt, ja, ich will mein Leben leben, ist das typische Vorgefühl nicht primär das der Vorfreude, der Begeisterung, der Euphorie, sondern Angst, die nackte Angst. Teilweise Hilflosigkeit, teilweise Hoffnungslosigkeit, teilweise Angst vor Überforderung, teilweise kommen alte Frustrationserlebnisse wieder hoch. Warum das so ist, auch da möchte ich an dieser Stelle nicht drauf eingehen. Ich möchte nur noch mal kurz wiederholen, in dem Moment, in dem Maß, wie man merkt, ja, ich möchte die Entscheidung treffen, ich will, ich werde mein Leben leben. In dem Maß kommt oft Angst hoch. Und das ist eine ganz normale, das ist eine typische Begleiterscheinung. Und das ist eben kein Zeichen dafür nach dem Motto, Angst ist schlecht. Wenn Angst kommt, dann ist da was falsch, ja, dann drehe ich mich um, gehe in die andere Richtung. Sondern da ist es eben so, ja, Angst ist da oft eine Art von Begleiterscheinung, eine Art von Hürde, über die man in dieser Situation, wenn man das wirklich möchte, und nur man selbst kann das wollen, sozusagen, da braucht es dann die Entscheidung, die mutige Entscheidung, diesen Schritt zu gehen und die entsprechenden Handlungen dann tatsächlich auch durchzuführen. Die vielen, vielen Fragen, wie das denn gehen mag, sein eigenes Leben zu leben. Diese vielen, vielen Fragen, die habe ich mir unzählige Male gestellt, die haben mir meine Teilnehmer im Laufe der Jahrzehnte unzählige Male gestellt. Und unzählige Male konnte ich beobachten, wie bestimmte Vorgehensweisen funktioniert haben, in Teilen, im Ganzen, im Ganzen seltener, in Teilen, in dieser, in jener Reihenfolge, in der Kombination mit diesem und gegebenenfalls in der Abwesenheit mit jenem. Und ich habe jetzt endlich, nachdem ich mich seit über 36 Jahren, ja gerechnet von meinem 15. Lebensjahr an, intensiv damit auseinandergesetzt habe, endlich, endlich, endlich eine Vorgehensweise entwickelt, und zwar eine Mischung aus relativ wenigen Standardschritten in der Kombination mit zu 100% maßgeschneiderten Vorgehensweisen, die teilweise übers Internet gehen, die in manchen Fällen aber auch das persönliche Vorort miteinander arbeiten, erfordern. Ja, so dass man, so dass du dein wahres Leben, leben kannst. Und zwar nicht out of the box, also ich kann dir hier nicht die Wunderkiste anbieten für 20.000 Euro, die du da aufmachst und da blop 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 ist jetzt irgendwie alles drin, was du brauchst, um dein wahres, um dein erfülltes Leben, Leben zu können. Sondern das, was ich dir anbieten kann, das, was ich dir gerne anbieten werde, was im Moment noch gar nicht ganz fertig ist, also, das ist etwas, was sich vom Prinzip her Schritt für Schritt für dich entfaltet. Und du kannst dir das als Bild so vorstellen. Du gehst einen Schritt und dann guckst du, steht jetzt Variante A, B, C, D, E, X, Y, Z an. Und du und gegebenenfalls mit meinem Feedback, gegebenenfalls mit dem Feedback von anderen. Und diese anderen, das sind eben Menschen, die auch ihren Weg gehen. Und dieses Feedback von den anderen, das kann dir persönlich hier live vor Ort begegnen. Dann solltest du den Weg zu mir wählen. Dieses Feedback kann dir aber auch übers Internet begegnen. Live oder in der einen oder anderen Community, die ich dafür ins Leben gerufen habe oder ins Leben rufen werde. Ja, per Telefon oder, oder, oder. Wie lange dieser Weg gehen wird, ja, das liegt im Wesentlichen bei dir. Was dich dieser Weg kosten wird, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, der teuerste Weg, den du gehen kannst, das ist der klassische Weg. Das ist der Weg, den die aller, aller, allermeisten Menschen gehen. Denn die aller, allerwenigsten Menschen leben ihr Leben. Ja, sie leben. Manche leben ganz auskömmlich, in finanzieller Hinsicht. Und wenn du in die Gesichter der Menschen schaust, dann wirst du feststellen, das sind nur ganz, ganz wenige Menschen, ja, die wirklich ein breites Grenzen von Ohr zu Ohr haben. Und zwar nicht nur dann, wenn eine Kamera im Raum ist, sondern insbesondere auch dann, wenn sie abends müde, todmüde, übermüdet ins Bett fallen. Die, die dann noch ein breites, zufriedenes Grenzen im Gesicht haben. Und die, die morgens vielleicht, obwohl sie todmüde waren, vor dem Wecker aus dem Bett springen. Und dieses breite Grenzen steht ihnen immer noch im Gesicht. Oder es ist jetzt noch tiefer eingefurscht, weil, ja, ein neuer Tag des eigenen Lebenswerks beginnt. Das sind die Menschen, die aus meiner Sicht die einzigen Menschen sind, die wirklich sagen können, ja, ich lebe mein eigenes, mein maßgeschneidertes Leben. Ja, im Einklang mit meinem inneren Riesen, im Einklang, ja, mit der Weisheit da draußen. Oder im Eingebundensein mit all dem, was da ist. Oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Die Amerikaner, die haben ein schönes Begriffskonzept, wie ich finde, das da lautet Work in Progress. Also, Arbeit, Arbeitsangebote, die, ja, die bereits funktionieren, die aber noch nicht fertig sind. Was aber eben nicht heißt, dass man jetzt darauf warten sollte, darauf warten muss, bis es fertig ist. Sondern was er suggeriert, ist, ja, diese Arbeit, dieses Konzept, dieser Progress, dieser Fortschritt, kommt niemals wirklich zu einem Ende, weil es sich mitentwickelt, weil es sich weiterentwickelt. Und aus dieser Haltung heraus, Work in Progress, kann ich dir im Moment nicht sagen, was ich dir unter diesem Video jetzt aktuell verlinkt habe. Ich kann dir nur sagen, zu genau dem Zeitpunkt, wo du jetzt dieses Video hier siehst, ist, ist das, was ich dir hier verlinkt habe, das basierend auf meinen allerneuesten, auf meinen alleraktuellsten Erkenntnissen, Erfahrungen, Feedbacks, auf der Basis meiner jahrzehntelangen Tätigkeit, letzten Endes auf der Suche nach wirkungsvollen Vorgehensweisen, damit man, damit du dein wahres Leben leben kannst. Ich bin als unsicherer Mensch mit 15 gestartet, nachdem ich jahrelang beruflich als Selbstständiger herum experimentiert habe, ja, nachdem ich mein Leben gefühlte 5 Quadrillionen Milliarden, Quadrillionen mal oder so, vorwärts, rückwärts analysiert hatte, kam mir dann endlich, endlich, endlich in den Sinn, ich werde Selbstbewusstseinstrainer. Und nachdem ich weit über 10 Jahre Selbstbewusstseinstrainer war, habe ich gemerkt, das, was ich tue, das, was ich anbiete, das, was ich bewirke, geht längst bei weitem über ein, ja, klassisches Selbstbewusstseinstraining hinaus. Ich habe viele Jahre nach einem passenden Begriff besucht und vor wenigen Tagen, relativ zu dem entstehenden Zeitpunkt dieses Videos, habe ich jetzt die Worte gefunden, wo ich das Gefühl habe, die Umschreibendes am besten, was ich für dich leisten kann, ja, wenn du es dir wert bist, wenn du bereit dazu bist, dich entsprechend angemessen einzubringen. Und diese Umschreibung lautet, bremsen, ich lese es ab, ich habe es hier hinter die Kamera geklebt, weil noch habe ich die Worte nicht intensiv genug, intus, aber in einer kurzen Weile wirst du mich zu jedem Zeitpunkt prinzipiell nachts wecken können und dann werde ich dir sofort sagen, bremsenlos, selbstbewusst, dein wahres Leben, Leben. Bremsenlos, selbstbewusst, dein wahres Leben, Leben. Bremsenlos deshalb, weil ich vor allem im Verlauf der letzten zehn Jahre festgestellt habe, bei den allermeisten Menschen habert es in Bezug auf Selbstbewusstsein nicht daran, dass sie irgendwie mehr tun müssten oder härter oder schneller oder höher oder teurer. Dass es also im Kern da gar nicht an etwas fehlt, sondern dass da im Kern etwas zu viel ist, was ich dank Teilnehmerfeedbacks heute umschreibe als gezogene innere Bremsen. Und so, ja, grober Daumenwert, die allermeisten Menschen, die an ihrer Unsicherheit leiden, die sich als nicht selbst genug erleben, die leiden unter ihren inneren gezogenen Bremsen. Und die inneren gezogenen Bremsen, die findet man nicht, indem man gewisse Gehirnschubladen aufzieht. Ja, wir haben keine bewusste Wahrnehmung und schon gar keine Begrifflichkeiten darüber oder dafür, was in unserer Psyche gegebenenfalls gebremst ist. Und der Begriff der Bremsen ist natürlich eine Metapher. Und da das hier kein Fachvortrag werden soll, werde ich nicht auf die vielen einzelnen Ebenen eingehen, die ich im Laufe der Jahre herausdifferenziert habe, wo sich gezeigt hat, auf diesen Ebenen, ja, können diese Bremsen sein. Ich habe über 31 unterschiedliche Wirkebenen herausdifferenziert, die dein Selbstbewusstsein bewirken. Und die allermeisten, die liegen unter der eigenen Bewusstheitsschwelle. Was aber eben nicht heißt, dass man da von außen nicht rankommen könnte. Ja, du selbst, selbst wenn du der weltbeste Herzchirurg auf dieser Erde bist, du selbst kannst an deinem eigenen Herzen keine Operation vornehmen. Und du weißt aber, es geht. Und es muss eben ein anderer Chirurg tun. Und wenn du der weltbeste Herzchirurg bist, dann ist sozusagen der schlechteste Herzchirurg auf dieser Welt besser geeignet dafür, dich von einem hypothetischen Herzleiden durch einen chirurgischen Eingriff zu heilen. Und man könnte das als das Coaching-Paradoxon bezeichnen, ja. So kann eben auch der weltbeste Coach sich selbst von gewissen Themen nicht kurieren. Und allgemein gesagt, der Gehirnbesitzer, der Gehirnbenutzer kann sich nur sehr eingeschränkt von eigenen Themen lösen. Und dann gilt, du weißt nicht, was du nicht weißt. Und das ist ein Satz, der lehrt erstmal zum Nachdenken ein, ja. Du weißt nicht, was du nicht weißt. Und die Dinge, die du nicht weißt, die kannst du logischerweise auch nicht. Und vieles von dem, von dem du überhaupt gar nicht weißt, dass das existiert, wirkt dennoch. Ja, als Beispiel, man muss nicht wissen, ja, wie die Schwerkraft der Erde funktioniert. Und man muss auch gar nicht dran glauben, dass es so etwas wie Schwerkraft gibt. Und wenn man den berühmten Apfeltest macht, ja, Apfel in die Hand nehmen, Hand öffnen, und man ist auf der Erde, dann fällt dieser Apfel auf den Boden. Ob man das glauben will oder nicht, ob man die, ja, Wirkprinzipien dahinter versteht oder nicht, ob man Physik studiert hat oder nicht, das spielt überhaupt gar keine Rolle. So, und der Physiker, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, wie heißt der nochmal, der die Gesetze der Schwerkraft erforscht und in Formeln gebracht hat, ähm, naja, fällt mir gerade nicht ein, der hat es dann halt in eine physikalisch greifbare Formel gebracht. Die Schwerkraft als solche, die gab es aber eben schon davor. So, und aber erst seit dieser Physiker die Schwerkraft in Formeln gebracht hat, können Menschen diese Formeln erlernen. Ja, den elektrischen Strom, den gab es von jeher. Und erst als Menschen sich gewahr darüber wurden, was das in etwa ist, als das durch Experimente handhabbarer wurde, was viele, viele Menschen das Leben gekostet hat oder was zu vielen, vielen schweren Verletzungen geführt hat. All das waren die Voraussetzungen dafür, dass heute Strom sozusagen aus der Steckdose kommt und dass wir keinen Strom mehr brauchen, sondern wir machen einfach das Licht an, ja, platt gesprochen. Und so hat sich eben all das, was uns heute umgibt, entwickelt, darüber, dadurch, daraus, dass Menschen teilweise ihr gesamtes Leben der Erforschung von irgendwas entwickelt haben. Ja, keiner von uns könnte heute in ein Flugzeug steigen, wenn nicht die damaligen Pioniere bereit gewesen wären, ihr Leben zu riskieren und viele, viele Menschen sind letzten Endes gestorben, damit du und ich, damit wir heute in ein Flugzeug steigen können, in ein Helikopter. Ja, und das Selbstbewusstsein, das, was irgendwie das auf einer gewissen Ebene Grundlegendste im Leben ist, weil unser Selbstbewusstsein durchflutet, flutet alle Bereiche unseres Lebens, ähnlich wie Wasseradern, den tropischen Regenwald. Und in dem Maße, wie man diese Wasseradern beschneidet, in dem Maße, wie man irgendwo Megastaudämme baut, trocknet der Regenwald aus und verkommt zur Wüste. Und sinngemäßes gilt für unser Selbstbewusstsein. Und die allermeisten Menschen glauben immer noch, und auch ich habe viel zu lange daran geglaubt, ja, man müsste trainieren, man müsste Glaubenssätze neu programmieren, man müsste sogenannte Blockaden auflösen und bla 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 und blub blub blub, damit man selbstbewusster werden kann. Nein. Meine Erfahrung ist eine ganz andere. Es gilt sozusagen, diese Staumauern überhaupt zu entdecken, diese Staumauern einzureißen. Damit das Wasser, damit die Energie deines gesunden Selbstbewusstseins, deinen Körper, dein Energiesystem wieder wie auf natürliche Weise flutet. Und im Laufe der Jahre habe ich so oft schon die Beobachtung machen dürfen, ein Teilnehmer kam, um seine inneren Bremsen lösen zu lassen, er kam ein Wochenende lang und sein Thema war gelöst. Sein Lebensgrundthema möglicherweise war gelöst. Und im Laufe der Jahre habe ich viele Teilnehmer kennengelernt, die haben eine komplette Psychotherapie erfolgreich hinter sich gebracht. Das Thema, was sie in die Therapie gebracht hat, war aber immer noch da. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben drei komplette Psychotherapien erfolgreich absolviert und das Thema, was sie in die Psychotherapie gebracht hat, war immer noch da oder hat sich gar verschärft. Und der mir bekannte Spitzenreiter bisher war ein Mann mit 30, der hatte sieben abgeschlossene Psychotherapien hinter sich. Sieben abgeschlossene Psychotherapien. Sein Problem war aber immer noch nicht gelöst und der hatte bei mir das damalige Jahrestraining absolviert. Das biete ich nicht mir an. Ich kann es dir von daher an dieser Stelle auch nicht verkaufen. Und ich biete aber mittlerweile etwas an, was deutlich wirksamer ist als das von damals und was umgerechnet günstiger ist. Aber auch das biete ich dir hier an dieser Stelle nicht an, weil ich gar nicht wissen kann, ob das für dich überhaupt passt. Jedenfalls dieser Mann, der das Jahrestraining bei mir damals gebucht hatte, zehn Wochenenden vor Ort über ein Jahr verteilt und der dafür jeweils tausend Kilometer weit angereist ist, nach drei von diesen zehn Wochenenden war sein Kernthema gelöst, das sieben Psychotherapien hindurch Stand hielt. Und nach drei Wochenenden von zehn war es gelöst. Und das hat das Leben von diesen Menschen sehr, sehr grundlegend verändert. So, ich könnte dir an dieser Stelle viele weitere Erfolgsbeispiele schildern. Das werde ich gegebenenfalls weiter begeistern und so weiter und so fort. Was es braucht, das ist letzten Endes die Frage in dir. Bist du bereit, bist du willens etwas, ein bisschen mittler oder viel für dich, für dein Selbstbewusstsein zu tun, möchtest du und das ist, glaube ich, das Größte, was ich anbieten kann, bremsenlos, selbstbewusst, dein wahres Leben, leben. Und wenn ja und nur wenn ja und nicht, wenn du ein bisschen gucken willst und wenn du mal testen willst und wenn du mal probieren willst und wenn du mal abchecken willst, was das kostet und wenn du erst noch mit deinem Nachbarn, deinem Dachdecker, dem Hausmeister, dem Apotheker darüber reden möchtest, dann nicht, sondern nur, wenn du wirklich willst, ja, dann folge jetzt dem Link, dem Akt, das immer der aktuellste Link ist zu dem Zeitpunkt, wo du dieses Video siehst, ja, hier in diesem Video. Und dieser Link, der Klick auf diesen Link, das ist möglicherweise und mit hoher Wahrscheinlichkeit der veränderndste Klick auf einen Link in deinem gesamten Leben. Also, wenn du bremsenlos selbstbewusst dein wahres Leben leben möchtest, dann folge jetzt dem Link unten in diesem Video und sollte unten in diesem Video kein Link sein, dann schau bitte ein Stück weiter unter diesem Video oder möglicherweise ist es irgendwo eingebettet und dann geh einfach dahin. Und solltest du auch da nichts finden, ja, das Internet umspannt bekanntlicherweise die Erde, ja, ich lebe auf dieser Erde, zumindest im Moment du wahrscheinlich auch und insofern, wenn du es wirklich willst, ja, dann wirst du eine Kontaktmöglichkeit zu mir finden. Ich bin Matthias Schwehm, zum gegenwärtigen Zeitpunkt Selbstbewusstseins-Trainer seit über 23 Jahren ich bin sehr dankbar dafür, dass ich vielen, vielen Menschen dazu verhelfen, konnte, dazu verhelfen durfte, ihr wahres Leben zu entdecken, zu erobern, zu finden, zu befreien, zu leben und dadurch und nur dadurch, ja, war auch ich immer mehr in der Lage herauszufinden, was will denn ich wirklich und oft war es so, ich war, ja, eine kleine Nasenspitze meinen Teilnehmern voran, in manchen Teilen, in vielen anderen Teilen waren mir meine Teilnehmer eine kleine Nasenspitze voran, ja, und weil ich immer Elefantenohren hatte, wenn mir was diesbezüglich Spannendes begegnet ist und weil ich immer offen war und bin, sind mir im Laufe der Jahre von meinen Teilnehmern wunderbare Dinge zugetragen worden, funktionierende Dinge, nicht notwendigerweise bei jedem, aber du weißt, wie ich das meine und so habe ich einfach die Dinge, die mir zugetragen wurden, wurden die Techniken, die Vorgehensweisen ausprobiert, habe sie an meine Teilnehmer weitergereicht und so habe ich eben im Laufe der Jahre meine Sinne geschärft, ich habe ein Methodenrepertoire, ein Technikrepertoire, wie kaum jemand in diesem Bereich, ich habe ein Erfahrungsrepertoire, basierend auf jahrzehntelanger Arbeit, ja, mit echten Menschen in der echten Welt, wie kaum ein Mensch auf dieser Erde und ja, meine Dienste kosten Geld und ja, es kommt dich sehr viel teurer, sehr viel teurer, sehr viel teurer zu stehen, wenn du diese Dienste nicht nutzt und dadurch, wie die allermeisten Menschen mehr oder weniger am eigenen Lebensdesign vorbei lebst. denn die große, 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 große Rechnung, die kommt sozusagen nach und nach zum Schluss und je nachdem, bei manchen ist dieser Schluss schon relativ früh, ja, Burnout, Sinnentleerung, Burout, unbefriedigende Beziehungen, Krankheiten, Frust, Depression, Abhängigkeiten und, 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 und all diese Themen im Kern, die werden abgestellt, die stellst du indirekt dadurch ab, indem du dich deinem bremsenlos selbstbewussten wahren Leben zuwendest. und wenn du herausfinden willst, wie das geht und zwar nicht auf die jahrzehntelange Tour, die ich gefahren bin, weil es diese Vorgehensweisen nach meinem jeweiligen Kenntnisstand eben noch nicht gab, ja, wenn du den Königsweg, wenn du deinen Königsweg gehen möchtest, dann folge jetzt dem Link hier unter diesem Video. Mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit werden wir uns dann früher oder später kennenlernen, ja, vielleicht per Audio, vielleicht per Live Video, vielleicht persönlich irgendwo vor Ort. Seit relativ kurzer Zeit benutze ich den Begriff mein Lebenswerk. Ich habe es mir nicht leicht gemacht für mich. Ich war fest entschlossen, fest entschlossen, fest entschlossen, selbstbewusst werden zu wollen. Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich habe meine kühnsten Hoffnungen übertroffen in Bezug auf selbstbewusst werden können und zum damaligen Zeitpunkt war mir klar, da geht noch so viel mehr und ich war zufrieden, ich war begeistert, ich war erfüllt, ich war voller Hoffnung. heute, wo ich eben seit 23 Jahren mich im Kern als Selbstbewusstseins Trainer auch verstehe und begreife, weiß ich, da geht noch so viel mehr. Ich bin längst in meinem Leben angelangt, das heißt nicht, dass alle Probleme gelöst sind und nach meinem Verständnis sind Probleme auch nicht etwas, was man irgendwie weghaben will, sondern Probleme sind Sparings Partner auf der jeweiligen Lebensebene und in dem Maß, wie ein Mensch seine Lebensgrundthemen nicht gelöst hat und diese Lebensgrundthemen hammerhart sind, im Extremfall geht es ums nackte Überleben und so weiter und in dem Maß, wie man dann allmählich die inneren Bremsen gelöst bekommt, in dem Maß, wie man sich selbst weiterentwickelt, entwickeln sich auch die Problemklassen weiter, als eine Art von Sparings Partner, als eine Art von Spiegel, als eine Art von Messlatte und man könnte sagen, die Menschen mit besonders herausfordernden Problemen, die sind eben in ihrer persönlichen Entwicklung schon ziemlich weit vorangeschritten, die bezeichnen diese Probleme im Regelfall auch nicht mehr als Probleme, ja, Worte wirken, vor diesem Hintergrund, sondern für diese Menschen sind das dann eben die aktuellsten Herausforderungen beispielsweise, aber auch das will ich nicht weiter vertiefen, wenn du dein bremsenlos selbstbewusstes wahres Leben leben möchtest, dann folge jetzt dem Link in diesem Video hier unten oder direkt unter dem Video. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles alles Gute und vielleicht bis bald ich bin Matthias Schwemm und kann dir nur ans Herz legen folge jetzt dem Link in dein bremsenlos selbstbewusstes wahres Leben. Bis dahin Ciao Ciao